Erfahren Sie eine überragende Zahnreinigung und Mundhygiene mit der Emident Ultraschallzahnbürste. Emident reinigt sanft, wirkt prophylaktisch und hat eine therapeutische Wirkung, sodass Entzündungen abklingen oder gar nicht erst entstehen können. Sie reinigt ganz ohne Bürsten, Reibung und Druck und ist somit ideal bei empfindlichem Zahnfleisch, offenen Zahnhälsen, Implantaten und Zahnspangen. Mit Ultraschall reinigt Emident auch dort, wo eine normale Zahnbürste oder Zahnseide niemals hinkommen und schützt so den Zahn bis zur Zahnwurzel. Überzeugen Sie sich selbst von der Wirkung der Ultraschallzahnbürste und besuchen Sie unsere Homepage für nähere Informationen.